Ewald Schiehlig, das Modell Edition in einem grauen Stoff. 3 Meter quer rüber, Lehne verstellbar. Hier haben wir eine Möglichkeit mal kurz aufzuräumen und die ganze Angelegenheit breiter zu gestalten. Auch hier verstellbare Armlehne und hier hinten haben wir sogar noch vorbereitet für Kopfstützen. Wunderschönes Stück, robuster Stoff. Ja, dann machen wir doch mal noch einen kurzen Flug zum Teil. Ja, wir sehen, schöne, kräftig gebaute, stylische Gruppe. Natürlich auch hinten bezogen. Ja, und hier, wie Sie sehen, ist extra eine Tasche, damit Sie noch eine Kopfstütze reinschieben können. Der Stoff, mal sehen, wie gut. Ja, würde ich sagen, rufen Sie schnell an bei uns oder machen Klick. Klick, ich habe eine einzige zu diesem Preis vorrätig. Wenn Sie einen anderen Stoff wünschen, der Fachhandel freut sich. Wir verkaufen nur die schönen Reste. Und Klick. Okay. seventiges Chapel.